Was können wir vom BVB heute erwarten, Buschi? Die Ziele sind hochgesteckt. Diese Saison soll der Meistertitel her. Aber das ist ein langer, ein harter Weg. Heute der erste Test. Schauen wir auf die Formation. Wird ein 3-4-3 heute bei Ihnen. Ja, das auch noch sehr. Wahnsinn! Er kann hier kurz vor der Linie klären. Eine super Aktion. Das hat er richtig gut gemacht. Marc Bartra. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Borussia Dortmund spielt heute gegen Bayern München. Das Team mit der besten Heimbilanz gegen das Team mit der besten Auswärtsbilanz. Und das dürfte spannend werden. Die einen stark zu Hause, die anderen stark zu Hause.